Norddeutscher Rundfunk 2021 Jahrelang haben sie sich als Bautischler über Wasser gehalten. Ich bräuchte eine Verpackung, André. Hab ich nicht. So was passiert. Der einzige ist Platz, Platz, Platz. Den haben wir nicht. Ich komm hier nicht rein ins Programm. Liegt immer am Anwender, ne? 550.000 Ferienwohnungen. Wir wollen nur ein kleines Stück vom Kuchen abhaben. Seit 1951 gibt es die Tischlerei in Schlemin bei Bützow in Mecklenburg-Vorpommern. Mittlerweile in dritter Generation. André Krüger will mit seinem Bruder Jan die Aufträge für die kommenden Tage besprechen. Wart auf Rück-Info. Ich brauche Info, damit ich in die Fertigung gehen kann. Muss ich mal anrufen. Für ein Ferienhausprojekt in Schleswig-Holstein sollen sie einen rustikalen Tisch und mehrere Raumteiler mit beweglichen Halterungen für Fernseher bauen. Die beiden werden naturgehöhlt. Das sieht noch einen Zacken schärfer aus. Haben wir die Säulen schon hier dafür? Die haben wir am Start im Lager. Ein Bützow oder was? Nebenan ist Geselle René Martens dabei, aus einzelnen Nussbaumhölzern eine Platte für einen Tisch zu verleimen. Mit einer 15 Jahre alten Maschine. Die presst die Hölzer zusammen. Der Laie fragt sich, warum nimmt man nicht einfach ein breites Brett? Das verzieht sich, das piekt sich. Deswegen werden Streifen geschnitten. Dann legt man die auch über Kreuz, dass die Jahresringe immer entgegengesetzt sind. Dann wird das verleimt und dann bleibt das gerade. André Krüger bearbeitet unterdessen eine Baumkante für einen Esstisch. Im Prinzip wird es abgezogen mit dem Zucheisen. Es wird per Hand gemacht. Danach machen wir es noch mal mit einem Bürstenschleifer. Dann wird es noch mal gebürstet, jetzt wird es laut. Im Moment fertigen sie fast alle Möbel aus Eichenholz. Mal kommt ein Nussbaum dazu, aber momentan wirklich 80 bis 85 Prozent Eiche. Dann wird noch mal getestet mit den zarten Fingerchen, ob der Splitter nicht reinkommt ins Fleisch. Wenn man nachher den Tisch abwischt und mit einem Tuch darüber wischt, dann ist es nicht so schön, wenn es Haken bleibt. Sein Bruder Jan vermisst ein Bauteil für den Raumteiler. Aber welches? Steven bei der Verhalterung vom Pionierhafen. Was war das? Hatte ich dir mal ein Bild geschickt. Ich habe ein neues Handy. Ich kann es nicht nur sagen. Ich könnte auf ein altes Handy gucken. Wenn du es per Mail geschickt hast, dann habe ich dich. Per Mail bestimmt nicht. Jetzt 23. Kann das sein? Ja. Das hier? Ja. Ach so, doch. Die Schrauben, womit du hinten die TV-Heiterung anschraubst. Die sind in dem nicht drin. Okay. Ach so, da sind sie drin und da nicht drin. Die müssen auch dünn sein. Die sind nur so zwei Millimeter. Okay, ja, gut. Dann gucken wir mal. Das höhenverstellbare Krankenbett haben sie zum ergonomischen Arbeitstisch umgebaut. Hier bespricht André mit Werkstattleiter Guido Wenzel, was für die angestellten Tischler in den nächsten Tagen ansteht. Doch, es sind ja zwei, ne? Es sind zwei Raumteile. Ja, aber es sind beide gleich. Es sind beide fast gleich. Wir machen sie gleich. Wir machen sie gleich. Aber wir haben einen Zentimeterunterschied oder so, ne? Guck mal, den haben wir ja schon mal gebaut, lackiert. Die Säulen sind in Lützum-Lager. Und das soll Natur werden, naturgeölt. Mein Bruder, kommst du mal bitte. Die beiden Brüder haben die Firma jahrelang als Bautischlerei über Wasser gehalten, haben Trockenbauplatten verschraubt, Fußböden verlegt und Fenster eingebaut. Und das wollen wir am Freitag nochmal durchsprechen. Zu DDR-Zeiten haben Opa und Vater Krüger hier oben auf dem Dachboden noch begehrte Möbel zusammengebaut und die fertigen Stücke dann über diese Flügeltür auf einen Laster heruntergelassen. Ja, ich glaube, wir wurden beide mehr oder weniger reingeboren. Also, als ich nach der Schule fertig war, ich habe mich gar nicht irgendwo anders beworben, sondern es war eigentlich von vornherein klar, dass ich Tischler werde. Auch wenn ich eigentlich zwei linke Hände habe. Wenn man sich so fragt, Fußballprofi wäre es gewesen, aber da träumt ja jeder von. Und gut, ich würde es jetzt nicht rückgängig machen wollen, das ist in Ordnung, ist alles gut. Nach Jahren als Bautischler brachte dieses selbstgebaute Bett für die Brüder den Durchbruch. Doch nur mit dem Bau von Möbeln war die Firma mit 13 Angestellten nicht zu halten. Dafür liegt sie zu sehr abseits der Metropolen. Mindestens 70.000 Kilometer im Jahr fährt Jan mit dem Auto quer durch Deutschland. Die Brüder haben sich auf die Einrichtung von Ferienwohnungen spezialisiert. Wenn man sich vorstellt, es gibt 550.000 Ferienwohnungen und alle 10, 15 Jahre sollte man die Ferienwohnungen renovieren, dann ist da einfach ein Riesenpotenzial da. Und wir wollen da nur ein ganz kleines Stück vom Kuchen abhaben im Endeffekt. Und ja, jetzt geben wir einen Anruf. Hier ist dein Lieblingsbruder. Die Aufgaben in der Firma teilen sie sich. Jan kümmert sich um die Kunden mit Ferienwohnungen, André mehr um die Tischlerei. Auf Wiedersehen. Ja, mach's gut. Danke. Ciao. Ja, wir müssen uns austauschen. Weil sowohl seine Aufträge gehen ja in meinen Bereich teilweise rein und meine Aufträge natürlich in seinem Bereich. Also wenn ich eine Ferienwohnung einrichte, dann ist es in fast allen Fällen so, dass auch hier mal ein Garderobenpanel oder ein Einbauschrank in der Dachschräge gebaut wird. Und das wird natürlich in der Werkstatt gefertigt. Und da ist André natürlich immer der erste Ansprechpartner. André hat gerade alte Bettbezüge von Mama Krüger geholt, die gegenüber wohnt. Denn zum Wegschmeißen sind sie viel zu schade. Sie werden noch gebraucht. Der massive Esstisch, ein Markenzeichen der Krügers, ist inzwischen fast fertig. Davon bauen sie etwa 20 Stück im Jahr. René ist schon bei den Füßen. Das inzwischen zweite Standbein, ein Möbelhaus in Kritzko südlich von Rostock. Mit Einrichtungsexpertin Mandy Zogel erstellt André ein 3D-Bild einer Ferienwohnung. Doch es gibt Probleme mit dem Computerprogramm. Wenn man das Programm hier schließt, dann ruft mit der Kundendienst an. Sehr typisch. Ich komm hier nicht rein ins Programm grad. Der fährt hier runter. Liegt immer am Anwender, ne? Mhm. Weiter zu viele Programme auf dem Master. Das Ding ist extra dafür so gebaut. Original, ich mach das Programm zu. Jetzt ruft der Kundendienst an. Original. Mhm. Schön. Ja, hier ist André Krüger. Guten Tag. Der Mitarbeiter des Softwareherstellers hat die Lösung für Andrés Problem, dem in solchen Momenten ein Hobel in der Hand lieber wäre. Genau, gut geht's. Haben Sie mir schon gut geholfen? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ja, das war's schon. Ich bin bescheiden. Gut, bis dann. Dankeschön. Tschüss. Gelernt hat André noch, solche Pläne mit Bleistift auf Millimeterpapier zu zeichnen. Siehste, liegt immer am Anwender. Meine Schuld. Aber jetzt weiß ich, wie es geht. Ich brauche hier eigentlich noch so ein kleines Sideboard oder so eine Art Konsolentisch. Warte mal kurz, ich gucke jetzt. Kannst du mir das bauen? Ich kann alles bauen, was ich möchte. So, jetzt haben wir Meter zwei ungefähr. Plus, Minus. Und den Schrank würde ich auf 80. Siehst du den Abstand zwischen Schrank und Bett? Seh ich. Mhm. Ach so, du willst Maß haben. Ja. Ich seh ihn, auf jeden Fall. Ja. Solche 3D-Visualisierungen werden für die Vermarktung ihrer Möbel immer wichtiger. Außerdem können die Tischler die Möbel so viel einfacher planen. Zurück in der Tischler-Werkstatt in Schlemin. René Martens fängt mit dem Raumteiler an. Er bringt rohe Eichenbohlen in Form. Kollege Karl Theodor Schulz hobelt sie anschließend. Das werden die Seitenteile und Böden für den massiven Raumteiler, samt Fernseher für eine eher kleine Ferienwohnung. Nur, die schönsten handgemachten Möbel nützen wenig, wenn die Kunden sie nicht finden, nicht sehen, nicht anfassen können. Jan und André Krüger sind deshalb ein Risiko eingegangen, haben vor ein paar Monaten mitten in Rostock noch ein Geschäft eröffnet. Verkäufer Felix Moritz. André und er kennen sich vom Fußball, Verbandsliga. Und dort wurde auch so etwas Ähnliches wie ein Bewerbungsgespräch geführt. Wir haben zusammen Fußball gespielt, da kennt man sich ja auch unter anderen Umständen noch. Ich weiß gar nicht, ob er nackt in der Kabine gesessen hat und wir nach dem Duschen und ... Alter, stell mich ein! Ich kann alles! Aber es kann so gewesen sein. Dann war es halt so. In der Kabine läuft ja einiges manchmal. Was man nicht unbedingt nach außen tragen darf. Nach außen tragen darf, aber bleibt ja unter uns jetzt. Tischlermeister André Krüger kommt heute nur noch selten zum Möbelbauen. Er erstellt Pläne, Angebote, Kalkulationen. Daran war vor 30 Jahren nicht zu denken. Nach dem Ende der DDR wollte niemand mehr Möbel aus der Dorftischlerei haben. Plötzlich gab es Möbelhäuser, wo man günstig einkaufen konnte. Es war ein ganz anderes Angebot. Es ist ja klar, dass die Leute unsicher sind. Lassen wir uns jetzt was vom Tischler bauen? Oder warten wir noch mal ab? Wer weiß, was mit meinem Job passiert. Es war ja auch nicht alles so sicher. Aber was man sagen kann, ist, Handwerk hat goldenen Boden. Wir sind dabei geblieben. Aber die ersten Jahre waren alles andere als golden. Und die Geschwister mussten investieren. Neue Maschinen für eine halbe Million Euro. Kredite. Ihre Tischlerei nennen sie heute Holzfabrik. René und Theodor bearbeiten die Seitenteile und Böden für den massiven Raumteiler. Einer der Firmenlaster voller Bilder. Die Krügers räumen eines ihrer Lager. Es mangelt an Platz. Andererseits zahlen sie inzwischen hohe Mieten für drei Lagerräume in mehreren Kilometern Umkreis. Aber wieso hunderte Bilder? Wenn man eine ganze Ferienwohnung einrichtet, dann ist es definitiv so, dass du ja in der Garderobe, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Esszimmer eigentlich überall immer einen dekorativen Gegenstand brauchst. Und das sind eben aus unserer Sicht hübsche Bilder. Und wir haben natürlich auch Uhren und wir haben auch andere Dekorationsgegenstände. Ich brauche ein Bild. Ich glaube, 120 in der Breite wäre nicht schlecht. Ja, was mit Segelbooten ist da hinten. Ein weiteres Lager, direkt über der Tischlerei. Ich habe hier noch eins, aber das ist eher grau. Das ist doch gut. Das ist doch viel größer, aber das stört mich nicht. Das ist doch mehr Strand. 1,50. Guck dir das an, über das Boxspringbüte passt. Hellblau, blau habe ich auch drinne. Das nehme ich mit. Jan holt auch zwei Bilder aus dem Lager. Die hat er im Onlineshop verkauft. Und sie müssen verschickt werden. Ich bräuchte einmal Verpackung, André. Wie bitte? Einmal Verpackung noch. 1,20 mal 60. Hab ich nicht. Ja, falsche Antwort. Wir wollen ihn hier hinstellen. Hier soll er stehen denn. Der massive Eichentisch ist so gut wie fertig. Aber noch fehlt etwas. Weiter geht's. So was passiert. Das ist das wahre Leben neu. Geh mal rum, Janida. Knapp 70 Kilo. Jetzt bloß nicht fallen lassen. Allein das Material ist mehrere hundert Euro wert. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Einmal noch mal ölen und dann ist er wie neu. Wachst das noch aus? Oder kommt noch Epoxid? Ist so gewünscht. Das soll so rustikal sein. Ist extra. Okay. Ich hab ihm extra die Bilder noch vorm Verleimen geschickt. Das hat er schon gesehen. Ich hoffe, das Endprodukt gefällt ihm auch so gut. Also, ich geh davon aus. Hier die Kante ist noch so scharfkantig. Fühl mal. Fühl mal. Du hast auch so eine ... Nee, Kaff Hornhaut auf den Finger. Oder so. Hier muss noch einmal ... Weißt? Das ist noch so. Hier geht's aber. Sonst ist es in Ordnung. Der muss sowieso noch mal geölt werden, ne? Ja. Gut. René Martens kümmert sich um den Feinschliff. Möbel mit einer sogenannten Baumkante sind die Spezialität der Krüger-Brüder. Opa hat immer gesagt, Lehrling, geht rückwärts. So sieht's aus. Die Brüder müssen ein fertiges Lowboard zwischenlagern. Der Kunde ist noch nicht so weit. Seine Wohnung nicht rechtzeitig fertig geworden. In der zwölf Kilometer entfernten Kleinstadt Bützow haben sie einen ehemaligen Supermarkt als Lager angemietet. Kaisenbogen war's immer so schwer. Hier lagert die Ausstattung von 32 Ferienwohnungen, die eigentlich längst ausgeliefert sein sollte. Ja, also Rügen, da kommen jetzt Januar oder Estrich rein. Dann wird's wahrscheinlich erst im April. Januar oder Estrich? April, Mai wird's wahrscheinlich erst. Welcher Januar? Ja. Das einzige ist Platz, Platz, Platz. Ja. Wir haben jetzt 32 Küchen liegen, wir haben 32 Sofas und Esstische natürlich, Beleuchtung. Also die gesamte Ferienwohnung im Endeffekt. Also mit Dekoration, mit allem drum und dran. Und ja, das sind bestimmt 400.000, 500.000 Euro. Das sind ja auch irgendwie 600 Meter Gardinen. Aber da können wir auch nichts weiter machen jetzt. Wenn es erst, wenn es drin ist, habe ich die genauen Höhen und dann kann es erst genäht werden. 800 Quadratmeter Lagerfläche, fast ein Jahr lang blockiert. Jeden Monat müssen die Krügers aber 3000 Euro Miete zahlen. Das kann ich aber auch nicht umlegen auf einen Bauträger oder dergleichen, weil da hätte ich es vorher im Endeffekt festhalten müssen. Und das wusste ja vor eineinhalb Jahren noch keiner, dass es eben so, dass es sich so auswirkt. Gestiegene Bauzinsen. Ferienwohnungen verkaufen sich im Moment nicht so gut. Anlieferung bitte nur über die Warenrampe. Jan hat inzwischen Verpackungen für die beiden Bilder gefunden. Das sind deine vom Shop. Andre quält sich mit Papierkram. Ich krieg's nicht hin, ich bin zu blöd. Ich muss jedes einzelne einheften hier. Aber die Krügers setzen viel aufs Digitale. Arbeitszeiterpassung wollen wir nicht mehr mit Papier machen. Wir haben extra Handys gekauft, dass die Jungs sich mobil einwählen können. Dann haben wir den ganzen Schreibkram nicht mehr. Und es geht dann alles per Knopfdruck zum Steuerberater. So ist die Theorie. Einrichtungsberaterin Mandy Zogel. Sie arbeitet daran, dass die Lager der Krügers sich nicht noch mehr füllen. Dazu macht sie den Kunden ihre Einrichtung aus der Ferne schmackhaft. Sie kreiert am Computer ein sogenanntes Moodboard. Ich erstelle für eine Kundin eine Visualisierung. Weil die Kundin nicht hier vor Ort sein kann. Und damit sie sich das vorstellen kann, füge ich quasi die Möbelauswahl zusammen. Damit sie sich vorstellen kann, wie ihre Wohnung dann mal eingerichtet wird. Auch das ist Teil des Geschäfts. Moin. Ein Handelsvertreter kommt. Peter Nass kauft und verkauft Wohnaccessoires. Hallo Herr Nass. Schön, dass Sie da sind. Einfach auf dem Bord stellen, runter. Man kann den sozusagen, wenn man will, genau einstellen. Eine Leuchte mit Akkubetrieb will er den Krügers verkaufen. Bei Ferne wohnen kann ich sowas nicht nehmen. Das wäre dann der berühmte Mitnahmeartikel. Grundsätzlich ein guter Artikel. Im Moment brauche ich es nicht. Weil wir immer noch Lager voll haben. Was gut funktioniert, den Kunden quasi fertige Zimmer präsentieren. Ein großer Möbelhersteller hat es vorgemacht. Und die Krügers machen es auch so. Kojen nennen sie die halboffenen Präsentationsräume. Die größte Koje wird gerade umgebaut. Guido Wenzel muss ran. Er arbeitet schon mehr als 30 Jahre für die Krügers. Damals noch bei dem Vater, Helmut Krüger, mit angefangen. Also ich habe schon viele Sachen miterlebt, die Höhlentiefen, alles dabei. Es soll eine Ferienwohnung darstellen. Ein Badezimmerschrank auf mit Waschbecken. Spiegel, sodass die Kunden Vorstellungen haben, wie es aussehen könnte in einem Badezimmer. Dazu das Schlafzimmer. Wir haben eine Küche, dass man insgesamt mal sehen kann, so kann eine Ferienwohnung gestaltet werden. Die Brüder Jan und André machen inzwischen 70 Prozent ihres Umsatzes mit der Ausstattung von Ferienwohnungen. In einer Kombination aus zugekauften und maßangefertigten Möbeln. Also wir machen original Grau, Grau, Vorhang bleibt und mit den ganzen Lampen, da müssen wir mal schauen. Nebenan muss eine weitere Koje umgestaltet werden. Einfach, weil die Möbel verkauft sind und der Hersteller sie nicht mehr anbietet. Wenn ich aus der Koje viel verkaufe, viel bestelle, dann baue ich die nie wieder ab erstmal. Denn wenn das läuft, dann läuft das ganz gut, das Programm. Aber manchmal, man sagt immer so unternehmerisches Risiko, denkt man, okay, das Sofa könnte gut ankommen bei den Leuten. Und dann steht es wie Blei und dann musst du irgendwann auch reagieren und sagen, hast dich vertan. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Toni und Matthias legen los. Morgen früh, wenn die ersten Kunden kommen, muss alles fertig sein. Hi, Mandy. Kannst du mir zeigen, was ich heute... Daria Bonk kommt aus Polen. Sie ist erst seit ein paar Monaten im Team. Sie ist für die Firmenauftritte in den sozialen Medien zuständig. Sie macht Fotos und Videos. Hauptarbeitsgerät ist ihr Smartphone. Ich würde das Grün noch ein Stück aus dem Bild rausnehmen, wenn wir von hier... Ich würde so machen. So, guck mal. Von der Perspektive her. Genau, genau, genau. Hast du dein Stativ dabei? Brauch ich nicht. Wenn ich so zudrehe, dann ist ohne Stativ besser für mich. Dann bin ich wieder vorne, oder? Ja. Super, danke. Bis gleich. Also, ich bin für die Social Media verantwortlich. Meine Aufgabe ist, Video drehen, Reels machen und dann das Instagram posten. Und ich kriege immer von unseren Fotografen schon ein Bild da. Zum Beispiel von Holzfabrik oder für die neue Wohnung. Und dann mache ich einen Post. An die jungen Kunden wollen sie so heran. So viel bringt die Online-Werbung aber nicht. Die Anzahl der Follower hält sich in Grenzen. Da haben wir ja 300. Da ist noch Luft nach oben. Genau, genau, genau. Werkstattleider Guido sind die neuen Medien egal. Nein, habe ich nichts mit am Hut. Es stört ihn nicht einmal, wenn er gefilmt wird. Das ist mir auch egal. Ich guck's mir ja nicht an. Jan ist wieder unterwegs. Wenn er Ferienwohnungen neu ausstatten soll, erzählt er oft dasselbe. Damit sich das ändert, hat er jetzt ein Buch geschrieben. Der Titel ist ein typischer Spruch der beiden Brüder. Wenn wir in eine Ferienwohnung reingehen, die runtergerockt ist oder die scheiße aussieht, dann gehen wir meist rein und sagen immer, der erste Spruch ist immer, ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Das ist eigentlich mit dem Augenzwinkern gemeint. Das soll ein kleiner Ratgeber sein. Ja, ich hoffe mir einfach davon, dass man dem Eigentümer auch schon was an die Hand gibt, dass er sich im Vorfeld schon darüber Gedanken macht, okay, was braucht mein Gast eigentlich im Endeffekt. Jan fährt nach Schleswig-Holstein. Im beschaulichen Schleswig statten sie gerade 27 Ferienwohnungen aus. In der Tischlerei in Schlemin bekommt Bruder André Besuch von Mutter Marion, die nebenan wohnt. Was hast du jetzt hier für einen Plan? Ja, Kaffee. Und Kuchen? Ja, bisschen was. Hat einer Geburtstag, was verpasst? Jan und André sind die dritte Generation hier. Da kann man sich drüber freuen, wenn das irgendwie weitergeht. In einer Tischlerei, die schon jahrelang besteht. Tischler ist ein guter Beruf. Und ich denke mal, dass die Enkelkinder das auch weiterführen wollen. Man weiß es nicht, aber wir wollen es hoffen. Jetzt, wo ich die Tischdecke sehe, wir brauchen noch Lappen zum Ölen. Stoffreste zum Polieren braucht André, denn der neue Eichentisch ist ja noch nicht fertig. Die elterliche Garage haben die Brüder zum Holzlager umfunktioniert. Mit einem Gabelstapler kommt man hier aber nicht rein. Wir sind ja an unsere örtlichen Gegebenheiten ein bisschen gebunden und haben halt ein Platzproblem. Das ist unsere größte Baustelle, sage ich mal so. Das Handling vom Holz ist hier natürlich nicht Weltklasse. Es ist halt ein bisschen umständlich und das muss sich ändern auf jeden Fall. Geselles-Dieden-Lietzau baut mehrere sogenannte Stummediner, eine Art Garderobenständer. Auch wieder aus Eiche. Die Möbel der Krügers sollen so haltbar sein wie das Holz, aus dem sie gemacht sind. René Martens hat mit dem Raumteiler für die Ferienwohnung in Schleswig zu tun. Damit René ihn hier in Schlemin testweise zusammenbauen kann, werden die Böden nicht verschraubt, sondern mit einem technischen Trick zusammengehalten. Die Teile werden eingefräst. Eins ist da drin, eins ist an dem anderen Boden. Die Böden zusammenstecke. Dafür ist das Loch da. Ich komme hier in den Ümmus rein, kann ich zusammenschrauben. Dann ist es fest. Ist eine lösbare Verbindung, also keine endgültige. Zwei solcher Raumteile haben sie für das Projekt in Schleswig schon gebaut. Jeder kostet etwa 4.500 Euro. Ein 6000 Quadratmeter Grundstück in Neukloster. Nah an der Autobahn 20 zwischen Rostock und Wismar. Hier wollen Jan und Andri ihre Platzprobleme lösen. Werkstatt, Lager, Ausstellung wollen sie hier neu bauen. Neukloster ist hier eigentlich nur 10, 12 Kilometer entfernt von Schlemin, von unserer jetzigen Produktion. Wir müssen ja auch unsere Gesellen mitnehmen im Endeffekt. Wenn wir jetzt einen Rostock gebaut hätten, wäre alles schön und gut gewesen, aber wir wären kein Geselle hingefahren. Das war auch ein wichtiges Kriterium. Einer dieser Gesellen, René Martens, ist bei den letzten Arbeiten am Eichentisch. Die Oberfläche wird geölt. Und dann kommen die Stoffreste ins Spiel. Denn zum Polieren gibt es kaum etwas Besseres. Bis zu 30 Arbeitsstunden stecken in dem Tisch. Dazu 600 Euro Materialkosten. Macht am Ende 2000 Euro für das Stück. Neue Ferienwohnungen direkt an der Schlei in Schleswig. Insgesamt 27 der Wohnungen sollen die Krüger-Brüder hier ausstatten. Die Hälfte haben sie bereits fertig. Jan Krüger kommt mit Mustern für Möbelstoffe, für Plissés, für Schrankgriffe. Herr Krüger. Marie-Luise Lüttmer gehören diese Ferienwohnungen. Ich habe wieder einen Besuch mitgebracht, dass wir noch einmal luschen können. Elf Wohnungen haben die Krügers für sie schon ausgestattet. Bis ins Detail. Schmuckstück ist natürlich der neue rustikale Esstisch. Heute geht es um die endgültige Wunschfarbe für die neuen Raumteile. Marie-Luise Lüttmer hat lange nach jemandem wie den Krüger-Brüdern gesucht. Klasse. Ja, schön. Dann machen wir das so. Und hier sieht man ganz schön, dass man ihn auch drehen kann. Dass man vom Wohnzimmer und vom Schlafzimmer Fernsehen schauen kann. Ja, für so ein kleines Apartment ideal eigentlich. Man hat zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen im Endeffekt. Diese Kombination Möbelhaus und Tischler, beides in einer Hand. Und dann dazu auch noch Deko, dass ich alles in einer Hand hatte. Also einmal die Möbel, die Tischlerarbeiten und die Dekoration. Das war natürlich ein unheimlicher Glücksbrief für mich. Und für die Krügers ein guter Auftrag. In ein paar Monaten wollen sie hier fertig sein. Zurück in Mecklenburg-Vorpommern. Das Erbe ihres Großvaters halten Jan und André hier im Möbelhaus in Ehren. Werkzeuge zur Holzbearbeitung aus den 1950er Jahren. Doch Geld verdienen kann man heute damit nicht mehr. Normalerweise hat man einen Strich am Holz und dann schneidet man original immer längs. Und dann aber auch nicht nur zehn Zentimeter. Opa hat immer gesagt, du hast das ganze Sägeblatt bezahlt. Die Arbeit der Tischler hat sich seitdem verändert. Nicht nur die Werkzeuge, auch die Preise. Und die handgefertigten massiven Betten der Brüder sind beliebt, aber eben auch recht preisintensiv. Für ein Auto geben die Leute 30, 40, 50, 1000 Euro aus. Das haben sie meist vier, fünf, sechs Jahre. Und beim Bett sind schon 2000 Euro manchmal zu viel. Aber im Bett verbringst du einfach mal ein Drittel deiner Lebenszeit. Opa und auch Vater Krüger wären heute sicher stolz, wie die Enkel die Tischlerei weiterentwickelt haben. Das Gebäude in Schlemin bei Bützow passt inzwischen nicht mehr zu den vielen neuen Ideen der Traditionstischlerei. Und so beginnen sie vielleicht noch in diesem Jahr mit dem Neubau. Denn die Brüder setzen weiter auf Holz. Das ist die Brüder als die Flaschenstille. Und so warten die Brüder als die Flaschenstille. Und so halten sie vielleicht. Und so warten es nicht mehr. Denn die Brüder setzen weiter auf Holz. Und so halten sie nicht an, um das auch zu. Und dann gehen sie bitte zu. Und so halten sie wieder.